Plötzlich kommt eine Studie, die kommt in Umlauf, da steht dann drin, ja, wir haben also festgestellt, dass wenn man mehr Vitamin E nimmt, dann sterben mehr Leute. Also wenn Leute mehr Vitamin E nehmen, dann sterben von der Gruppe, die mehr Vitamin E genommen hat, dann sterben mehr. Das ist eine gefälschte Studie oder eine gefälschte Auswertung. Wenn man das genau zurückverfolgt, das stimmt einfach nicht. Und ein Kollege hat mir mal den Begriff des Mietmauls näher gebracht vor vielen Jahren. Mietmaul ist also ein Maul, das man mieten kann, das ist ein Professor, es gibt da genügend, die gegen Geld und andere Vorteile alles verdrehen, sodass es dann als wissenschaftliche Tatsache darzustehen scheint. Und man will zu ihrem Schutz, zu unserem Schutz, zum Schutz des Verbrauchers, will man Höchstwerte festsetzen. Das ist also ein wesentlicher Teil der Tätigkeit eines Komitees von den 27 Codex Alimentarius Komitees. 27 Komitees, damit das alles schön überschaubar ist natürlich. Und immer Schritt für Schritt, dass man das auch nicht merkt. Höchstmengenfert setzen, um uns zu schützen vor zu viel Vitaminen. Da sagt man dann, naja, also 60 Milligramm Vitamin C, das ist ja genug. Wissenschaftliche Risikoanalyse, wenn ihr zu viel davon nehmt, dann kriegt ihr ja dies oder jenes. Und Vitamin E wird gedeckelt, mit B-Vitamine werden gedeckelt, bestimmte Mineralstoffe werden runtergeschraubt. Sodass man dann letztendlich Präparate, die genügend hoch dosiert sind, noch auf vernünftige Art und Weise kombiniert. Dass man Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen kann, Herz-Kreislauf-Krankheiten wirklich in jedem Fall heilen. Krebsmetastasierung stoppen und so weiter. Dass man die eines Tages dann hier überhaupt auf diesem Planeten nicht mehr bekommen soll. Damit der Marktplatz erhalten bleibt. Und der Marktplatz ist unser menschlicher Körper. Aber nur so lange, wie Krankheiten in ihm wohnen. Das würde ja bedeuten, dass wir mit einem Minimum an Vitaminen, weil unser Essen ist ja ausgelaugt, wenn man nicht wirklich das Glück kann, um den Biobauern direkt zu kaufen, sag ich mal. Und das ist ja noch nicht flächendeckend möglich im Moment. Das würde bedeuten, dass wir mit einem totalen Minimum gerade mal so am Leben erhalten werden. Ja. Dass man ein paar Jahrzehnte das verdienen kann. Ja. Das ist ja so makabel, wie es klingt. Das ist leider die Wahrheit. Ja. Es kommt ja noch etwas verschärfend hinzu. Es gibt ja jetzt sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, erst kürzlich gefällt, über einen Journalisten, der über Glucosamine berichtet hat. Ja, das geht in einen anderen Bereich, eines anderen Komitees von Codex Alimentarius. Das eine ist die Festlegung von lächerlichen Vitaminen und Mineralstoffobergrenzen für Präparate und so weiter. Das andere ist, was darf man auf Etiketten schreiben, was darf man nicht auf Etiketten schreiben. Dieses Labeling oder Etikettenkomitee beschäftigt sich neuerdings auch seit wenigen Jahren erst damit, was darf man überhaupt noch sagen, außerhalb der Etiketten. Welche Sachen darf man direkt oder indirekt noch über Produkte sagen. Und das ist also sehr, sehr, so ein Meilenstein im Prinzip, was da gerade passiert ist vor kurzem. Und das wollten Sie sagen, das ist sehr bedenklich. Ja, wollte ich Sie bitten, kurz was darüber zu sagen. Ja, das finde ich gut, ja. Denn es ist so, innerhalb von der EU ist es. Ist ja im Prinzip, wird uns ja sogar ein Grenzwert in unsere Aussagefähigkeit gesetzt, indirekt gesprochen. Wenn ein Journalist nicht mehr berichten darf über, sagen wir mal, den Benefit von Naturstoff oder von einem Kräuterheilstoff oder irgendetwas, das in einem anderen EU-Land als Arzneimittel deklariert wird. Es geht ja um Deklaration. Man kann ja durch Definition plötzlich einen Apfel als Arzneimittel definieren. Und dann darf ich nicht mehr darüber schreiben, wie viel Vitamin C in dem Apfel drin ist oder was für Stoffe und wie sie mir helfen können. Weil er irgendwo deklariert ist als Arzneimittel. Wir haben in Deutschland schon seit 1976 ein Arzneimittelgesetz, das in § 2 in der Begriffsdefinition enthält, unter anderem Stoffe, mit denen sie die Funktionen des Körpers beeinflussen können, sind Arzneimittel. Damit ist natürlich der Willkür Tür und Tor geöffnet. Wenn ich meine, eine Scheibe Schwarzbrot oder genau ein Glas Wasser zum Beispiel oder nur ein Schluck Wasser beeinflusst ja auch schon die Funktion. Also das öffnet der Willkür Tür und Tor. Und Sie wollten gerade noch diesen Fall erzählen. Was mit dem Journalisten? Ein dänischer Journalist, der berichtet hat über einen Stoff, der Bindegewebsbaustein ist soweit, ich weiß, Glucosamin. Glucosamin, ja. Und der wurde verurteilt zu einer Geldstrafe von 1500 Euro, weil in Dänemark Glucosamin als Drug, also als Arzneimittel deklariert ist. Und darüber darf er nichts mehr schreiben. Das ist ein gültiges Urteil vom Gericht. Ist es ein Arzneimittel tatsächlich oder ist es ein Nicht-Arzneimittel und deswegen darf man das nicht machen? Soweit ich weiß, ist nämlich, ich frage jetzt deswegen, soweit ich weiß, ist es nämlich so, dass die Pharmaindustrie dafür sorgt, mit allen Mitteln, die schießt aus allen Rohren, dass nur noch über Arzneimittel, Heilaussagen, Vorbeugungsaussagen und so weiter gemacht werden dürfen. Also ich vermute fast, dass gesagt wird, es ist kein Arzneimittel, vermute ich eher, es ist ja ein Stoff. Bin ich jetzt überfragt. Es ist überfragt, aber ich vermute, dass es so, aber ich meine, wie dem auch sei, ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass jemand, der über die Gesundheitswirkung, nachgewiesene Gesundheitswirkung eines Naturstoffes berichtet und auch erwähnt hat, in Form welcher Produkte man das bekommen kann, das nützt einem die Information auch nichts, man muss es ja anwenden können, dass der zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, weil er darüber nicht hätte schreiben dürfen. Das ist der Punkt, um den es geht. Soweit sind wir mittlerweile und das geht auch Hand in Hand eben mit dieser Kodex-Geschichte. Betrifft die Grundrechte des Menschen? Es betrifft die Grundrechte, die Grundrechte der Ernährung ja sowieso, die Grundrechte dessen, was ich mir aussuche, was ich mir einwerfe, ob ich eine Vitaminpille nehme oder nicht und wie viel davon. Das wird ja alles streng reglementiert. Und natürlich auch die freie Meinungsäußerung. Gut, also ich denke, zu dem Thema haben wir jetzt einiges gesagt. Ja. Wir können einen Schritt weiter gehen, denn auch Vitamine müssen ja irgendwo herkommen, auch in der natürlichen Ernährung. Und da kommen wir jetzt eben dazu, wie natürlich ist unsere Ernährung und was tut der Kodex dafür. Der immer behauptet, der will uns schützen, zum Schutz der Verbraucher, macht er alle möglichen Richtlinien auf 5000 Seiten, die kein Mensch lesen kann. 5000 Seiten? Soll man nicht überhören. Genau. Und man sollte vielleicht auch erwähnen, dass die EU dazu übergeht, sämtliche wesentlichen Dokumente so unübersichtlich wie möglich überhaupt zu gestalten. Da gibt es ein Dokument, das verweist auf ein anderes Dokument, das auf ein Dokument verweist, in dem es auf ein Paragraf verwiesen wird. Wie soll der normale Mensch für seine eigenen Lebensgrundlagen noch irgendwo sich informieren können, in einer kurzen, bündigen, wahrhaftigen Weise über das, was überhaupt noch erlaubt ist, was er darf und wie die Dinge überhaupt zusammenhängen. Ja, selbst Rechtsanwälte, die ja an diese schrecklichen Dinge gewöhnt sind, haben es schwer. Also wir haben mit Rechtsanwälten zu tun, ich erinnere mich an eine wichtige Organisation in England, da haben wir zwei Meetings von je acht Stunden gebraucht, zweimal acht Stunden, bis er gesagt hat, so jetzt habe ich das nach Jahren endlich verstanden, was da läuft. Ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Gut. Und worauf ich raus wollte, ist der Codex, man kann durchaus im Internet sich Bestandteil des Codex runterladen. Die stehen öffentlich zur Verfügung. Nebenbei gesagt, hauptsächlich in Englisch, Französisch und vielleicht mal Arabisch, aber nicht in Deutsch, obwohl der größte Sprachanteil in der EU Deutsch ist, deutschsprachig, das muss man einfach mal festhalten. Vielleicht haben Sie einfach Angst vor unseren Einwänden, wer weiß schon. Es geht jetzt darum, dass im Codex seitenweise aufgelistet wird, in welcher Form, wie und warum man genmanipulierte Lebensmittel prüfen muss, damit sie uns ja nichts tun. Das bedeutet aber, wenn man genau hinguckt, solange da Regeln stehen, wie man mit genmanipulierten Dingen umzugehen hat, sind genmanipulierte Dinge vorhanden. Das heißt also, der Codex Alimentarius befürwortet ganz klar die Gentechnologie. Und das ist ja eine Grundlage, die uns nicht unbedingt, wie wir alle wissen, gesunde, vitaminreiche, langlebige Kost liefert. Und es ist offenbar vorgesehen, dass die Gentechnik im Codex feste Bestandteil ist. Ja. Das ist ein weiteres Unterkomitee, das sich damit beschäftigt. Es gibt also mehrere Unterkomitees. Die wesentlichen Bereiche sind die Vitaminen, die schon erwähnten Vitaminen- und Mineralnahrungsergänzungen. Ein anderer Bereich ist die Gesundheitsaussagen, die man machen darf über Nahrungsmittel. Ein anderer Bereich ist die biologische Landwirtschaft. Ein vierter Bereich sind die gentechnisch, technisch in Anführungsstrichen, verändernden Nahrungsmittel. Ein fünfter Bereich die Etikettierung, was muss oder soll nicht auf Etiketten drauf. Sechster Bereich die Werbung. Und siebter Bereich dann noch Nahrungsmittel, Zusatzstoffe. Und achter Bereich Pestizidrückstände in Nahrungsmitteln. Das sind also die wesentlichen acht Bereiche ungefähr, mit denen sich die verschiedenen Codex-Komitees beschäftigen. Ja, und das Komitee, das sich mit Gentechnik beschäftigt, das befürwortet eindeutig Gentechnik, legt fest, dass Gentechnik akzeptabel ist. Sie untersuchen nicht das Risiko wirklich. Und das Schlimme ist, dass diese Richtlinien, diese Codex-Alimentarius-Richtlinien, unter anderem dazu auf die Gentechnik, die sind überhaupt nicht bindend. Das ist ganz eindeutig. Für eine Nation sind sie nicht bindend. So scheint es. Aber da jedes Mitglied der Welthandelsorganisation gleichzeitig noch ein anderes Vertrag unterschrieben hat, der als SPS, Siegfried Paula Siegfried, Abkursung für englische längere Wörter, Vertrag unterschrieben hat, ist durch die Hintertür seit 1995 die Codex-Richtlinien doch bindend. Und das bedeutet für eine Nation, wie zum Beispiel die Schweiz, die auch Mitglied der Weltgesundheitsorganisation ist, sie muss es akzeptieren, unter Androhung hoher Geldstrafen schließlich, dass frei importiert werden gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Und sie muss auch akzeptieren, wenn es eine internationale Regelung ist, dass das nicht auf dem Etikett draufsteht, dass das bei Ihnen in der Schweiz auch so ist. Oder in Deutschland und so weiter. Und das ist eben das Erschreckende, dass solange eine Nation Mitglied ist in der Welthandelsorganisation, die schon von kompetenten Leuten als die Weltpolizei bezeichnet wurde, so nach dem Muster der Europäischen Union läuft das in der Welthandelsorganisation, dass solange man da Mitglied ist, man gezwungen werden kann, durch sehr hohe Geldstrafen sich an diese Regeln zu halten. Das ist das Problem. Also ein Ausweg wäre, wie realistisch auch immer der wäre, ist aus der Welthandelsorganisation dafür zu sorgen, dass ein Land aus der Welthandelsorganisation austritt. Das hat natürlich nur Vorteile, in der Welthandelsorganisation zu sein, das ist klar, wird den Nationen und den Regierungen gesagt, aber das stimmt nicht. Also das zur Gentechnik. Man kann dann weder unterscheiden, was kommt an den Teller, noch kann man sich es selbst als Nation aussuchen, weil das an der Kontrolle eines Parlaments, einer Demokratie vorbeigeht, durch internationale Organisationen, wie die Kodex-Organisationen, die Weltgesundheitsorganisationen und die Welthandelsorganisationen. Das ist das Problem. Es ist wie eine Weltdiktatur, die durch die Hintertür eingerichtet wird. Und wir sehen hier ja einen weiteren Mechanismus. Es ist ja so raffiniert gemacht, dass irgendwie wieder keiner verantwortlich ist. Die Kodex-Leute sagen, wir sprechen hier nur Empfehlungen aus, die sind ja nicht verbindlich. Und die Regierungen sagen, ja, wir können ja nichts für den Kodex, aber wir haben halt zugestimmt, weil es alle tun und weil es gut ist. Und keiner ist wirklich verantwortlich. Also man findet nie irgendeinen, wo man sagen kann, Junge, du hast das entworfen, du bist verantwortlich, krieg das wieder in Ordnung. Es verteilt sich auf so viele Köpfe und unter so vielen Schreibtischen, in so vielen Ecken, dass man überhaupt niemanden zugreifen kriegt. Und dann haben wir den Expertenwahn. Ich meine, Experte ist ja ein inflationäres Wort. Ja, absolut. Das ist ein Interessenvertreter jeglicher Couleur. Aber es gibt ja Experten, die verstehen. Auch über mich haben Sie das ja am Anfang gesagt. Wer weiß, ne? Das war aber nicht gemeint. Ja. Nein, es gibt Experten und Experten. Und dann stellt sich ein Experte hin und sagt, gut, wir nehmen den Kodex ernst, wir analysieren jetzt die Gensachen, passen auf, dass Ihnen nichts passiert, wenn Sie das essen. Und das dürfen wir auf keinen Fall tun, das ist schädlich. Das dürfen wir auch nicht tun, das ist schädlich. Aber das dürfen wir natürlich tun, das ist unschädlich. Also wenn ein Experte sich hinstellt und sagt, die zwei Möglichkeiten sind nicht gut für Sie, sagt er gleichzeitig, die dritte Möglichkeit ist aber gut für Sie. Also wenn er das gut macht, dann öffnen sich praktisch alle Türen, wo die Organisationen durchgehen wollen. Sehen Sie das auch so? Ja, ja, absolut. Absolut. Und es gibt so gut wie keine unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen über die Auswirkungen gentechnisch veränderter Wahrungsmittel. Das muss man auch noch dazu sagen. Und dann hat es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre einen englischen Wissenschaftler in Schottland gegeben, in einem Institut, einem gentechnischen Forschungsinstitut. Er hatte sich schon drei Jahre, über drei Jahrzehnte mit dem Thema beschäftigt. Er war ein sehr international anerkannter Wissenschaftler, weil er viele wirklich gute, saubere wissenschaftliche Arbeiten über diesen Bereich veröffentlicht hatte. Und er forschte da nun fröhlich mit englischer Regierungsunterstützung vor sich hin, um festzustellen, das nahm er auch an, dass er zu diesem Ergebnis kommen würde, dass das ja nun alles kein Problem sei. Er hat dann aber in Experimenten mit Ratten unter anderem Folgendes festgestellt. Die Ratten, die mit gentechnisch veränderten Kartoffeln von der Firma Monsanto gefüttert worden waren, die waren kleiner, leichter. Die hatten ein heruntergefahrenes Immunsystem, die Immunleistungen waren schlechter. Die hatten verkleinerte Lebern, verkleinerte Herzen und deutlich kleinere Gehirne, als sie nicht mit den gentechnisch veränderten Kartoffeln gefüttert worden waren. Und er ist dann mit Einverständnis, das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte, damit man mal weiß, wie solche Sachen international laufen, der kurze Dienstweg. Er ist dann mit Einverständnis seines Institutsleiters, und der hat ihm gesagt, ja, man muss ja das mit den Gehirnen nicht gerade sagen, ist ans Fernsehen gegangen, hat eine Fernsehsendung gemacht, in einem Fernsehsendung, der also eine Millionenverbreitung hat in England. Der hat gesagt, also mit den Gehirnen, das muss ich ja nicht sagen, also ein bisschen, aber ansonsten im Prinzip war der Institutsleiter damit einverstanden, dass dieser Wissenschaftler die Sendung machte. Und er hat dann da auch ganz klar einige Sachen gesagt, immer noch deutlich genug, dass es einen großen Aufruhr gab, und er hat auch ganz deutlich gesagt, er selber würde solche Nahrungsmittel nicht essen. 48 Stunden später war sein Job los. Und sein Lebensgefährte, auch eine sehr anerkannte Wissenschaftler, die schon wissen,